Servus liebe Trader, heute geht es in einem kurzen Video wieder um die Basics am Trading Desk. Ich will euch in wenigen Schritten zeigen, wie ihr Kurslisten erstellen könnt, wo ihr überhaupt die gesamte Auswahl findet und wie ihr dann auch eure Favoriten mit Alarmfunktionen gezielt überwachen lassen könnt. Da gibt es immer wieder einige kleine Tricks, die euch dabei helfen, die Watchlist in effizienteren Arbeitsschritten zu verfeinern und das möchte ich euch jetzt kurz zeigen. Ich bin hier auf unserem Trading Desk auf desk.traderfox.com eingeloggt, habe das Standard-Abo zur Börsensoftware und alles was wir mit dem Thema Kurslisten brauchen, das ist oben in der Menüleiste hier zu finden, nämlich unter den Reitern Explorer und wie es der Name auch schon sagt, den Listen. Ich fange mal mit dem Explorer an. Hier haben wir jetzt die gesamte Vielfalt der ganzen Anlagetrends, Indizes, sowohl deutsche, US-amerikanische Aktien, wir haben Europa, Asien, da könnt ihr euch einfach durchklicken. Wenn ihr selbst eigene Listen schon erstellt habt, sind die auch hier auswählbar und es gibt auch noch Listen-Templates, um zum Beispiel rasch Aktien zu finden, die jetzt gerade heute auf neue 52-Wochen-Hochs zum Beispiel ausbrechen. Unter der Spalte Listen habt ihr dann die Möglichkeit, die am häufigsten genutzten und relevantesten Listen sofort im Schnellverfahren auszuwählen. Ihr findet dort auch eure eigene Watchlist, die ist für jeden Account im Vorhinein schon angelegt und auch die Liste, die ihr findet, wenn ihr die mobile App auf eurem Smartphone zum Beispiel heruntergeladen habt, die könnt ihr auch direkt hier abrufen und verändern. Es gibt aber dann zum Beispiel auch hier die Liste USA 2000V. Wofür steht das V? Die Frage kommt auch immer wieder. Das sind in diesem Fall jetzt die 2000 größten US-Aktien, gemessen am Handelsvolumen. MC steht hingegen für die Marktkapitalisierung, das heißt die nach dem Börsenwert größten Aktien hier, in diesem Fall die 200 größten aus Deutschland. Ich mache jetzt hier mal USA 2000V auf, habe jetzt die ganze Aktienauswahl zur Verfügung. Hier gibt es jetzt wie immer die Möglichkeit, mit dem Pfeil oben links im Schnellverfahren auch nochmal das Universum zu ändern, zum Beispiel zu den 2000 größten nach der Marktkapitalisierung. Dann schaltet das Universum entsprechend um. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel nachsehen wollt, welche Aktien notieren denn im Bereich des Hochs, einer der beliebtesten Scans und auch einer der wichtigsten, um neue Longmanöver zu starten und Bullenaktien zu finden, hier könnt ihr einfach immer oben rechts in der Kursliste auf das grüne Plus-Symbol klicken und dann zum Beispiel hier unter Scans Signale das 52 Wochen hoch hinzuschalten. Ihr könnt da mehrere Spalten ergänzen, könnt so euer eigenes Screening auch erstellen und könnt dann hier mit einem Links-Klick auf 52 Wochen hoch jetzt zum Beispiel auch sehen, dass nur Aktien auftauchen, die jetzt gerade auf neue Höchststände ausbrechen. Also die stärksten Kandidaten am Markt habt ihr sofort am Schirm. Wenn ihr diese Spalte wieder löschen wollt, kein Problem. Rechts-Klick hier auf 52 Wochen hoch, Spalte löschen und die Kursliste ist wieder in der ursprünglichen Form. Jetzt gibt es auch hier vorgefertigte Templates, die euch das Ganze leichter machen. Einfach hier auf Ansicht klicken, dann könnt ihr zum Beispiel hier auch sagen, beim Screening Performance, welche Aktien haben denn zum Beispiel auf Sicht des letzten Monats besonders stark zugelegt. Auch das kann ich in absteigender Reihenfolge sortieren. Ich sehe dann zum Beispiel eine ImmunoGen, da gab es einen Pivotal News Point, ich vermute mal nach Quartalszahlen und die Aktie entsprechend auf Monatsbasis ganz oben hier zu finden. Auch so kann man in bestimmten Zeiträumen rasch feststellen, wo sich neue Stärketendenzen zu erkennen geben. Was wir jetzt hier geladen haben, ist im Prinzip eine Konfiguration. Das seht ihr hier unten auch mit dem Namen Performance. Die kann ich auch relativ rasch wieder entfernen, indem ich hier unten jetzt auf das X klicke, um die Liste zurückzusetzen. Da muss ich nicht die einzelnen Spalten rauslöschen. Wenn ihr eine eigene Konfiguration erstellen wollt, das zeige ich euch auch ganz kurz nochmal mit dem 52 Wochen hoch, weil es einfach ein gutes Beispiel ist, fügt ihr einfach die benötigten Spalten hinzu, klickt dann hier auf Konfiguration unten drauf, Speichern als, 52 Wochen hoch zum Beispiel und dann habt ihr auch das in der Schnellauswahlliste immer sofort zur Verfügung. Wenn ihr zum Beispiel eine neue Kursliste aufmacht, ich zeige euch das mal kurz, was hier der Vorteil ist, zum Beispiel zu den, nehmen wir jetzt die 200 größten deutschen Aktien, dann könnt ihr auch hier sofort bei Konfiguration dieses Template entsprechend hineinladen. Jetzt habe ich zum Beispiel Favoriten. Ich möchte die Aktie von Adidas im Blick behalten. Ich möchte eine Adler Real Estate im Blick behalten. Wie kann ich das machen? Dazu könnt ihr entweder, wie gesagt, die vorgefertigte Watchlist nutzen oder eine neue Kursliste erstellen. Findet ihr jetzt hier nochmal, wie gesagt, unter der Spalte Listen. Hier gibt es die Funktion Neue Kursliste anlegen oder entsprechend auch das Plus-Symbol. Einfach diesen Button, ihr braucht dann nur einen Namen für die Liste. Ich nenne es einfach mal Favoriten und bekomme dann hier dieses leere Fenster angezeigt. Jetzt kann ich einfach per Drag-and-Drop-Funktion diese Aktien, die ich sehen möchte, hinüberziehen. Optional dazu habt ihr auch hier ein Suchfeld, Aktie hinzufügen. Ich nehme einfach mal die Aktie von Nvidia noch drauf und kann sie auch so ergänzen. Wenn ich jetzt wirklich eine große Auswahl habe, das ist jetzt einer dieser kleinen Tricks mit der Flaggen-Funktion und ich habe da vielleicht jetzt gleich 10 Aktien, die ich auf diese Liste übertragen möchte, dann kann ich hier auch ganz links bei diesem Flaggen-Symbol mit einem Links-Kick einfach eine Markierung der Aktie hinzufügen und dann hier unten beim Flaggen-Symbol, es wird auch hier jetzt erkannt, 6 Aktien haben wir ausgewählt, die Flagged Stocks, entweder sofort einer bestehenden Liste hinzufügen oder einfach auch hier wieder eine neue Liste erstellen, einfach Name eingeben, Speichern klicken und schon sind diese Titel wieder auf der Watchlist. Ich füge sie jetzt einfach mal hier hinzu und habe das jetzt im Schnellverfahren ergänzt. Falls diese Flaggen-Funktion bei euch hier nicht zu finden ist, auch das kann vorkommen, findet ihr die Funktion einfach wieder hier bei den Spalten, nämlich bei den Aktiendaten ganz oben an erster Stelle. Ich wähle es einfach aus und kann dann auch hier wieder diese Funktion nutzen. Jetzt habe ich zum Beispiel meine Favoriten, diese Liste ist gespeichert. Optionen, um die Liste zu bearbeiten, also zum Beispiel umbenennen oder ja, alle Aktien wieder hinaus zu löschen, findet ihr hier bei diesen drei Balken ganz oben links. Spannend ist vor allem auch das Glockensymbol, da habt ihr dann nämlich die Listenalarme und könnt zum Beispiel automatisch eine Nachricht, eine Push-Notification bekommen. Hier am Trading Desk, aber auch bei der TraderFox App, wenn ihr hier den Reiter auf angestellt habt, ihr seht so sofort, wenn eine Aktie im Handelsverlauf auf Tagesbasis ein neues Jahreshoch erklimmen kann, dann seid ihr hier sofort informiert und könnt hier so gesehen auch keine Chance verpassen. Genau, wenn ich diese Liste jetzt zum Beispiel auch wieder komplett löschen möchte, dann geht ihr hier einfach wieder in den Reiter Listen hinein, alle Listen, findet dort eure Auswahl und könnt dann hier mit dem Papierkorb auch unsere Favoriten zum Beispiel wieder hinauslöschen. Eine kleine hilfreiche Funktion zum Thema Kurslisten möchte ich euch noch zeigen. Wenn ihr zum Beispiel eure vorgefertigte Watchlist ergänzen wollt und ihr sucht nach einer Aktie, wie zum Beispiel jetzt wieder Adidas, dann geben wir sie einfach hier ins Suchfeld ein und können auch hier jetzt auf der rechten Seite beim ausgeklappten Menü dieses Feld benutzen. Wenn ich mit dem Cursor drüber gehe, sehe ich schon meine Watchlist, kann dann auch hier per Drag & Drop diese Liste sofort wieder anpassen. Ich kann sie auch mit einem Linksklick sofort aufmachen, das ist dann wie gesagt auch genau die Liste, die ihr auf der mobilen App vorfindet. Auf mobilepro.traderfox.com ist die browsergestützte Ansicht, das ist dann eben wie gesagt genau diese Liste, wenn ihr nach unten scrollt, meine Watchlist, die ihr auch hier am Mobilgerät direkt mit Erweiterungen oder dem Herauslöschen von Einzelwerten auch anpassen könnt. Das waren so gesehen jetzt mal die wichtigsten Funktionen zum Thema Kurslisten. Kurslisten, wo finde ich alle Listen, wie kann ich sie erstellen, bearbeiten, Konfigurationen speichern und dann auch mit Alarmfunktionen überwachen lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Screenen und wie immer viel Erfolg mit euren Trades.